Was ist denn bitte HSP und Hochsensibilität? Oh, mein Gott, schon wieder so nerviger Online-Trend. Sowas gab es bei uns früher nicht. So oder so ähnlich klingen Kommentare gerne mal, wenn wir über Hochsensibilität oder die soziale Batterie sprechen. Und auch wenn ich das große Glück habe, in meiner Kommentarsektion 90% positive oder konstruktive Kommentare zu sehen, so richtig haben wohl noch nicht alle kapiert, worum es hier geht. Hochsensibilität ist nichts, was sich Influencer oder junge Leute ausgedacht haben. Und ich kann nicht glauben, dass ich das so sagen muss. Das findet jeder heraus, der mehr liest als eine Überschrift. Hochsensible Menschen reagieren empfindlicher auf Reize. Das lässt sich dann im Gehirn messen. Ein Geruch führt zu Stress, ein Geräusch zu einer Reaktion, ein Gespräch zu Erschöpfung. Das ist einfach so. Es können zwar noch Faktoren dazukommen, die die Heftigkeit der Reaktion bedingen, aber am Ende des Tages findet da nachweislich etwas statt. Reize werden also schlechter gefiltert. Das kann auch passieren, wenn wir müde, gestresst oder krank sind. Also ja, jeder kann mal sensibel reagieren. Aber nein, nicht jeder ist permanent von Hochsensibilität betroffen. Und nicht jeder auf die gleiche Art. Manche Menschen reagieren besonders auf Lärm, andere auf soziale Kontakte. Da muss jeder für sich gucken, wie er tickt. Und Wissenschaftler betonen auch immer wieder, dass es keine perfekte Trennlinie zwischen normalsensibel und hochsensibel gibt. Also, eigentlich sagen diese Vorwürfe, Hochsensibilität wäre ein Social-Media-Trend, nur, dass jemand keine Ahnung hat. Oder mangelnde Empathie. Mir ist aber lieber zu glauben, diese Menschen hätten sich nur nicht informiert. Denn wer wirklich nicht glauben kann, dass andere Menschen die Welt auch anders wahrnehmen, der hat in Sachen Empathie und Mitgefühl viel aufzuholen. So, Video vorbei, oder? Nope. Denn die vernünftig formulierten Kommentare verdienen auch eine Antwort. Wieso scheinen immer mehr Menschen hochsensibel zu sein? Denn da ist durchaus etwas dran. Naja, also so halb. Zum einen ist klar, Aufklärung führt zu mehr Menschen, die sich selbst betrachten und die Merkmale von Hochsensibilität erkennen. Der Begriff ist erst seit einigen Jahren wirklich in der Öffentlichkeit zu finden. Diesen Effekt kann man bei allen möglichen Themen beobachten. Unter anderem beim Thema Introvertiertheit. Wenn sich Fakten und Erfahrungsberichte verbreiten, gibt es mehr Reibungspunkte in der breiten Bevölkerung. Kann es auch mal dazu kommen, dass jemand nicht ganz richtig liegt oder sich wirklich trendartig einem Begriff anschließt? Na klar. Aber hochsensible Menschen verändern nach der Erkenntnis hauptsächlich, wie sie mit der Welt interagieren und wie sie ihre Energie schützen. Daraus gewinnen sie vielleicht Zufriedenheit, aber ja kein Geld, Ruhm oder Ansehen. Also sind die Anreize eher gering, sich damit zu identifizieren, wenn man eigentlich nicht betroffen ist. Ein nächster Grund dafür, dass die Begriffe Highly Sensitive Person oder HSP, wie es im Englischen heißt, überall zu sein scheinen, wenn Sensibilität als Spektrum betrachtet wird, können auch nicht hochsensible Menschen von einer lauten Welt überfordert werden. Irgendwo auf einem Bauernhof im Nirgendwo, ohne Straßenlärm und Menschenmassen, würden sich wohl nur die Hochsensibelsten der Hochsensiblen erschöpft fühlen von den Umweltreizen. Aber in Städten, da reicht es schon nicht völlig abgestumpft zu sein, um mit Lärm, Dreck und Menschen zu kämpfen zu haben. Und eine Sache noch, von der sich jetzt sicherlich einige angegriffen werden fühlen, Der Algorithmus kontrolliert, was du siehst, und du bist das Opfer. Wenn du einmal was zu Hochsensibilität konsumierst, zeigen YouTube, TikTok, Instagram und Co. dir einfach mehr davon. Das erweckt auch den Eindruck, Hochsensibilität wäre jetzt überall. Und für hochsensible Personen ist das super, denn sie fühlen sich gehört und ernst genommen. Aber wer an dem Konzept zweifelt oder selbst nicht betroffen ist, Na, der hat erst einmal eine Gegenreaktion. Das betrifft nicht nur Hochsensibilität, sondern nahezu jedes Thema. Und ja, wenn du einen Daumen runter gibst oder einen wütenden Kommentar hinterlässt, dann sehen die Algorithmen das als positives Signal, denn du bleibst auf der Seite und interagierst. Bevor wir also etwas als überall oder übertrieben bezeichnen, sollten wir vielleicht erst einmal schauen, ob wir nicht eine verzerrte Wahrnehmung haben, oder? Ich verstehe durchaus, dass Menschen frustriert sind, wenn heute alles als Trend verpackt wird. Ganz besonders, weil sich immer ziemlich schnell Leute finden, die die Kernanhalte ignorieren, falsch verstehen oder ausschlachten. Aber anstatt sich in diese Wut zu verbeißen, können wir doch auch einfach mal darauf gucken, was diese vermeintliche Überrepräsentation von Hochsensibilität Positives hervorgebracht hat. Da ist zum einen das Aha-Erlebnis. Ich bin nun schon seit fünf Jahren in Kontakt mit introvertierten, hochsensiblen und anderweitig von der Norm abweichenden Menschen. Und immer wieder heißt es, oh, jetzt verstehe ich mich und mein Leben gleich viel besser. Das ist nicht nur ein ziemlich gutes, oft befreiendes Gefühl. Es ist auch etwas, was oft viel zu spät passiert. In unserer Gesellschaft arbeiten wir mit allen möglichen Floskeln, wie sei du selbst oder geh deinen eigenen Weg. Aber vielen von uns wurde gar nicht beigebracht, wie das eigentlich geht. Individualität wird uns im Zweifel eher ausgetrieben. Also müssen wir bestimmte Dinge über uns selbst erst wiederentdecken. Dabei hilft das Internet enorm. Manch einer nimmt eine Erkenntnis, verstaut sie gut im Gehirn und ist fertig. Viele Menschen haben aber auch das Bedürfnis, sich auszutauschen. Ob hier in den Kommentaren, in Foren oder im echten Leben. Wenn Hochsensibilität erkannt wurde, können auch neue Verbindungen geschaffen werden. So fühlen wir uns dann mindestens mal weniger allein. Manchmal kann aber aus einem Online-Trend und einer Erkenntnis über die eigene Persönlichkeit auch was anderes werden. Mehr Tiefgründigkeit in bestehenden Beziehungen. Wenn wir uns selbst besser verstehen, können wir uns anderen auch besser zeigen. Also ja, so sehr ich mich auch gerne mal über 0815-Instagram-Bildchen mit flachen Sprüchen lustig mache. Manchmal wird aus einem Posting im Internet eine echte Veränderung im Leben eines Menschen. Einer der beliebtesten Sprüche der Menschheitsgeschichte scheint zu sein, sowas gab es bei uns früher nicht. Bezogen auf Technologie mag das stimmen, aber in Bezug auf Menschen passt das so gut wie nie. Früher haben Menschen einfach nicht die Ressourcen gehabt, um sich selbst besser zu verstehen. Andersartigkeit wurde noch aggressiver eingestampft und Gleichgesinnte schien Mangelware zu sein. Nur weil man es früher nicht Hochsensibilität genannt hat, heißt das doch nicht, dass Menschen nicht hochsensibel waren. Junge Menschen haben heute viele Chancen, mit diesem Konzept früh in Kontakt zu kommen. So lernen Kinder und Jugendliche schon zu Schulzeiten, sich das Leben so zu gestalten, dass die negativen Folgen von Hochsensibilität ausgeglichen werden können. Und gleichzeitig schätzen sie auch an sich selbst, was sie besonders macht. Ich finde das großartig und ich verstehe überhaupt nicht, was es da zu meckern gibt. Einfach so zu tun, als würden wir alle gleich ticken, führt nicht zu mehr Zufriedenheit oder Gesundheit. Im Gegenteil, einfach alle als Sensibelchen abzustempeln oder als Trendjäger, wirkt der Aufklärung entgegen. Und ironischerweise ist es eben genau die Aufklärung, die Hochsensible auch widerstandsfähiger macht. Denn ja, als hochsensibler Mensch muss man sich selbst darum kümmern, mit einer Welt klarzukommen, die für Hochsensible nicht unbedingt gemacht ist. Das gelingt natürlich besser, wenn man nicht gegen seine natürlichen Bedürfnisse ankämpft. Mehr Stressausgleich, neues Cancelling-Kopfhörer, bestimmte Situationen meiden, vielleicht auch Therapie, Meditation oder Achtsamkeit. Es gibt viele tolle Wege, um besser mit der eigenen Sensibilität klarzukommen. Und jeder, der sich zwischen diese Maßnahmen und einen hochsensiblen Menschen stellt, um sich aufzuplustern und alles als Social-Media-Quatsch zu bezeichnen, verbringt seine wertvolle Zeit auf diesem Planeten damit, anderen das Leben schwerer zu machen. Und eins noch. Mein Lieblingsbeispiel dafür, warum Aufklärung am Ende definitiv eine gute Sache ist, die Kosten für die Gesellschaft. Ich nenne es mein Lieblingsbeispiel, weil es sich so wunderbar von den vorherigen Gründen unterscheidet, die ich möglichst empathisch rüberbringen wollte. Aber manchmal braucht es auch so einen Grund. Hochsensible Menschen sind sehr anfällig für Stress und Burnout und weitere Erkrankungen. All das kostet die Gesellschaft Geld aufgrund von Behandlungskosten und Arbeitsausfällen. Ergo, je mehr hochsensible Menschen ihre Bedürfnisse verstehen, umso eher wird auch wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.